Es gab zwei Dinge, die ich immer lernen wollte. Zum einen das Kochen, zum anderen das Fliegen. Diesen Traum, beides zu kombinieren, das habe ich jetzt verwirklicht. Heligourmet, Genuss zum Abheben. Auch für Sie kann dieser Traum Wirklichkeit werden. Ein Chauffeur bringt Sie in einer Luxuslimousine zum Heliport unweit der Stromburg. Dort wartet auf Sie der im klassisch eleganten Lafer-Design gestaltete Hubschrauber vom Typ Eurocopter AS350. Bitte einsteigen und abheben zu den ausgewählten Gourmet-Stationen. Gourmet-Stationen Das ist eine wichtigartige Landschaft, das UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal. Mit dem sagenhaften, mächtigen Strom, der sich seinen Weg bahnt. Nicht selten steuert der Chef selbst und gibt Erläuterungen zu atemberaubenden Landschaften. Die Stromburg aus der Heliperspektive. Mittelalterliche Burgen und großartige Ruinen sowie kleinere Orte mit wünkligen Gassen und malerischen Gebäuden, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, künden von geschichtsträchtigen Epochen. Allein der Flug ist ein wunderbares Erlebnis und doch steht der eigentliche Höhepunkt noch bevor. Es erwartet sie ein Genuss der ganz besonderen Art. So, jetzt sind wir hier und jetzt gibt's, guck mal hier, was zu trinken. Ein bisschen Champagner. Ein bisschen Champagner. Ein bisschen toll. So. Wo Gott selbst sich wohlfühlen würde. Vor dieser traumhaften Kulisse ist aufs Feinste für das leibliche Wohl gesorgt. Für höchste Gaumenfreuden sorgt ein exquisites Sechs-Gänge-Menü, das das gut gelaunte Heligomé-Team vor Ort zubereitet. Dazu gibt es natürlich erlesene Tropfen aus den benachbarten Weinbergen. Das ist schon 2007, ne? Mein Schatz zum Wohl. Wohl, danke. Jetzt brauche ich mich aber ab. Und, wie schmeckt's? Ganz fein, danke schön. Mit Sicherheit ein unvergesslicher Genießertraum, an den sie sich noch lange erinnern werden. Nach Lust und Laune fliegt die Johann Lafers Heligomé-Team übrigens auch zu fünf der besten Hotels und Restaurants in Deutschland. Wohin dürfen wir sie bringen? Zum Grand Hotel Schloss Benzberg? Zum Gourmet-Restaurant Schloss Berg? Zum Schlosshotel Bühlerhöhe? Zum Kur- und Sporthotel Dollenberg? Oder zum Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe? Vielleicht wollen sie ja auch eintauchen in die schnelle Welt des Rennsports. Wir fliegen sie zum Formel-1-Spektakel auf dem Nürburgring oder dem Hockenheimring. Darüber hinaus haben wir Heli-Touren zu renommierten Winzern im einzigartigen Weinland Rheinland-Pfalz im Angebot. 18 Winzer im Verband der deutschen Prädikatsweingüter freuen sich auf ihren Besuch. Das Heligomé-Team. Genuss zum Abheben. Johann Lafer. Ein Leben für den guten Geschmack. Unverbund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dannregon, fröhnen sie sich mal auf. ...